hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu skate ja das erste das erste der phrase ja und ich habe mich schon gefreut dass es hier keine gibt aber gut ich will aber jetzt erst mal gucken was hat denn das für fünf sekunden welches gesunken warum starten wir nicht einfach ok ja ja natürlich ich hätte nur einmal springen ach scheiße ich hätte nur noch einmal springen müssen naja alter kollege ja komm schon was sagt kommt dann hätte doch noch zählen können ach Gott ich dumme leider ich ganz so mega leise bin aber ich versuche mich zu konzentrieren ok komm noch fünf vier ja ja gut das war jetzt ein bisschen gecheatet aber bitch please kann ich ja nix für obwohl eigentlich kann ich da schon mal nix für aber ach ihr wisst ihr wisst schon schmattert extra ansonsten schaue ich da doch nix sooo jetzt äh können wir mal kurz mal auf die karte gucken was haben wir denn hier wir können ja einfach mal das death race machen ich bin mal gespannt wie es wird raus auf die straße mit dir schlag freeway im rennen zum dia also do it yourself park fahr durch die tore um mehr zeit zu bekommen und achte auf den verkehr und fußgänger das ist echt tricky alles klar schon wieder gegen diesen gegen diesen ekelhaften typen ich weiß nicht er ist total unsympathisch finde ich ja das ist ja ja der mike fährt noch mit und der semi alles klar ja mal los ich bin erster bitches das wahrscheinlich ja 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 das habe ich schon kommen sehen der hat mich einfach überfahren der sack egal ich bin wieder vorne okay okay es ist alles gut und ich gegen die autos fahren jetzt wo der kam entgegen habe ich kommen sehen habe ich nicht kommen sehen ich bin 18 sekunden vorne ja mit spieß hallo es geht ab was machen die denn da hinten bringt die noch einen kaffee oder was oh fuck alter jetzt holen die auf holy shit da war es nur noch 6 sekunden das habe ich jetzt gut gemacht das ist das ziel da ist das ziel ja wuhu nice das erste death race gewonnen freeway ja komm sieben sekunden also das war ja nix bei dem hey was macht ihr denn für gesichter death racing alter ich sehe gar keine leichensäcke halt maul ich hatte also wenn foto die freeway in dem death race plattet dann hat es der macker ich trau ja du warst echt höllenschnell ich sag dir was du kannst in unserem park jederzeit skaten hast du es verdient und vielleicht kannst du es ja auch mal richtig abwerfen naja ach du holen ja 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 was geht bei den falsch hole of meat gibt es auch noch what oh mein gott gibt doch viel zu viel war noch mal ein video was gibt es denn hier vor dem angebot applaus auch gott war das schlecht war das kein äh grind to flip to manual ja ist okay okay das wird äh nicht gerade einfach okay kann losgehen scheiße meine combo geht den bach runter alter ich glaube ich muss dafür irgendwie einen park oder so hat ja super jetzt habe ich den grind to flip to manual geschafft aber das bringt mir gar nichts äh nee dann warten wir mal irgendwie bis wir mal in dem park sind oder so dann probieren wir da nochmal aber wie gesagt abwechseln jetzt kommt mal wieder was vom mac und zwar haben wir hier ein foto spring auf die erste box macht ein menu über die über beide boxen und gibt die gap dazwischen du darfst keine der boxen mit allen vier rollen berühren ach du das heißt überall den manual drüber das hört sich echt nicht einfach an das wird eine krasse sequenz jetzt bin ich mal gespannt äh 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 hallo what Ich verstehe das noch nicht so ganz. Oh, Mann. Ich muss da zwei Manus drauf machen. Schade. Ah, das ist nicht einfach. Mach doch, wenn ich den Stick noch balanciere, dann mach doch ein Manual. Was ist mit dir falsch? Ja, den ersten Manual kriege ich ja hin. Hin und wieder mal. Boah. Yes. Oh, nice. Das ist super. Natürlich sehen die Fotos jetzt alle scheiße aus. Aber ist ja egal. Das ist ja... Da guckt eh keiner nach. So. Was haben wir denn? Select, mein Freund. Select. Was haben wir denn beim Treasure auf der Karte? Hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein Death Race. Lieferte hier mit deinen Gegnern im Spillway. Ein Rennen von Tor zu Tor. Achte in der Crossover-Pipe auf andere Skater. Oh, nochmal. So, richtig schönes Pipeline. Das gab es, glaube ich, auch bei Skate 3. So ähnlich. Nieu. Nieu. Alter. Haut bloß ab, ihr Säcke. Okay, ich bin vorne. Ich bin vorne. Ich bin vorne. Ich bin immer noch vorne. Ich bin gestürzt. Egal. Ich bin 21 Sekunden vorne. Aber ich bin gestürzt. Und dann kommt das Ziel. Und jetzt habe ich natürlich keinen Schwung da hoch zu springen. Verdammte Scheiße. Jetzt bin ich nur Zweiter geworden. Weil ich keinen Schwung mehr hatte. Naja, dann nochmal. Oh. Scheiße. Naja. Da habe ich am Ende zu viel Scheiße gebaut. Gut. Wie viele hier aber auch mitfahren. Echt nicht wenig. Nein. Komm schon. Verpiss dich aus meinem Leben. Da hat er mich einfach erwischt. Es war total blöd, dass ich in die Röhre gefahren bin. Boah. Gott. Was ist denn das für eine Scheiße? Mann. Auf ein neues. Höllenbowls. Das sieht ja doch aus, ey. Ja, stell dich halt direkt quer. Ist okay. Was ist falsch mit dir? Boah, meine Fresse. Weißt du? Kaum sind die Scheiß-Death-Races da. Denke ich mir einfach nur so. Ne. Das zählt jetzt nicht als durchfahren. Ey. Wollt ihr mich? Seht, seht diesen Mittelfinger. Bitte. Nehmt das zu Herzen. Ja, ihr seht ihn jetzt nicht, aber... Alter, warum stellst du dich da quer? Oh, meine Fresse. Was ist los? Gott, ey. Ich will das noch schaffen. Ich will das noch schaffen. Oh, der war gut gesprungen. So, du verpiss dich. So. Jetzt erstmal den ersten Platz saveen. Weitest gehen. Das wäre schön. Oh, hier habe ich gerade ein bisschen... Na, das war nicht so gut. Okay. Okay. Ja. Nice. Oh, der war schön. Der war fantastisch. Zehn Sekunden Vorsprung. Nice. Der war super. Der hat mir gefallen. Tja. Meine lieben Freunde. Das war es dann auch für diesen Part. Ich hoffe, die ersten Death Rates, das haben euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss. Tschüss.